ich habe was cooles gefunden das ist so ein art dann schon habe ich gefunden aber ich kann ja irgendwie nicht glauben gerade doch doch in ganz nahe beschreibt gefunden da ist noch so ein ich brauche hilfe ich kann nicht töten hatte ich hätte ich komme da nicht hoch schade warte ja bis ich gekommen siehst du den blauen punkt hier da ist was ganz ganz schönes drin kann ich so weit gucken also wie du kannst nicht so weit gucken gott dann habe ich überlebt was ist das hier brauchst du was zum heilen warte warte warten und nicht reingehen das ist ein danschen ich habe noch so ein halber da sollten wir jetzt definitiv noch nicht reingehen warum nicht weil wir vielleicht unser ganzes im tal mit ressourcen haben aber da und ist auch noch so ein teil gewesen wo ich runtergefallen bin wissen ich jetzt noch nicht ich schau mal rein 321 ja jetzt jetzt liegt als wäre das gut ist dass wir wirklich nichts gut ist ja 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 was das ist ja das wird dann ein das wird dann noch mal rein du kommst du nicht noch mal rein wie gesagt ist weg wie ist weg ich habe doch gesagt das portal ist weg ich habe doch gesagt gehabt das portal ist weg du bist reingegangen kurz danach ist das portal verschwunden ja dann gehe ich jetzt erst mal oben mein zeug ab warte mal geh nicht voraus ich sehe nichts monster hilfe hallo ja bis ich komme hast du ja das ist zufrieden lass mich doch mal nach hilfe schreien hilfe 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 lasch dein haar herunter ich glaube da oben da regnet es ein bisschen regenschirm dabei nein aber ich bin zum glücken affe dementsprechend hört es mich nicht außerdem dusche ich endlich mal ok nach wie vielen monaten ich habe jetzt eine hacke gemacht ich kann jetzt glas herstellen wir brauchen bauchholz dafür sind sie da ich habe jetzt ein ambass hergestellt muss das am wasser sein weiß ich nicht keine ahnung da kennst du mich absolut nicht aus einfach ausprobieren ja wie es aussieht muss das am wasser sein ach so scheiße wir brauchen hier mehr platz woher kannst du waffen herstellen ja geil ja fand ich jetzt nicht so gut die waffen wie die waffen hast du am boss hier gibt es gute waffen die habe ich nicht gesehen eisenbreitschwert eisen kurzschwert nochmal schild komm ich gleich mal gucken aber erstmal möchte ich was ach du brauchst gewebe jetzt kriegst du doch hier oder ja klar kriegst du hier das komm komm eh viel oder warte mal dann kurz durch mal 35 stück ok dann warten wir einfach mal bis es durchgelaufen ist so ist schon fertig cool ging ganz schnell erde 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 so dann brauche ich die hacke zack eisenwaren ah ok es gibt also pflanzen die verbrauchen ein block ja und es gibt pflanzen die verbrauchen nur einen halben block so ich mach dir auch mal was ich habe noch eisen und so im inventar so unten ja das kann ich auch noch machen wir haben draußen jetzt ein feld mit essen ok ich habe jetzt mal so ein kopfschutz und so ein bisschen rüstung gemacht ne ich kann ja auch noch eisen geben warte wenn ich die ressourcen finde hier eisen kupfer ich werfe das einfach mal alles hier rein kannst du mal gucken was man noch so machen kann auf jeden fall ein besseres wert wäre ja ziemlich geil ne ja gucken was man hier so machen kann kann ich ja gleich wieder hier reinlegen guck mal ich habe sogar goldschuhen gefunden ah hier hast du die rüstung für mich gemacht und die ist dann besser die ist auf jeden fall besser ja aber wo zieh ich denn die andere an ähm guck mal ähm linker slot ist äh einfach nur äh der bestandteil und rechtser slot ist so style technik ne ah du hast ein style ding gecraftet oder wie nein ich habe eine echte rüstung gemacht also von deinem inventar wenn du jetzt da guckst ne noch zwei spalten ja linke spalte ist dafür gedacht um halt die hauptdinger da zu machen ne ah wir brauchen seile scheiße kann ich wahrscheinlich ähm paar dinger machen du wo macht ach hier am gewebe stimmt macht man seile seile nö seile macht man ganz normal im crafting fenster genau wieviel brauchst du wo weiß ich kann ich heute mal für zwei schwerter bist du ein hand oder zwei hand ich nehme zwei hand äh vier ja acht seile ungefähr acht seile werden hergestellt im dem dem habe ich ich packe einfach mal hier in die kiste unten links direkt wo sind meine reststühle und so hier ist ja noch ein stuhl wo sind die anderen alle äh scheiße ich kann nur äh eisenwagen fehlen mir noch scheiße ich habe welche in die truhr gelegt ja hatte ich mitgenommen aber ja nicht genug komm ich schmeiße jetzt die ganzen grabsteine und so weg ich soll das mal alles wieder hier reinpacken ich hab jetzt zwar ein eisen kurzschwert machen können aber ist es denn besser es macht äh 7,5 tps 7,5 wieviel macht uns das auch 7,5 6 aber ist halt ein hand ne ja ok das ist natürlich viel oder schaden pro schlag 6 schack nochmal rein das habe ich auch noch gefunden im endeffekt ist unser jetziges besser ja jetzt aber man hat ja ach das ist eine silberbahn achso ich brauche eine eisenbahn scheiße ok silberspitzacke was ist das tool was kann man mit dieser silberspitzacke machen weiß ich nicht keine ahnung ist unnötig irgendwie aber die gibt es immer wieder mal ok uga 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 ja unser feld ist äh am gedeihen sag ich mal ey wie kann ich das denn drehen wie kann man ein objekt drehen äh er oder so ach ne aber nur ausrichten so also ich guck jetzt so lange zu bis das feld gewachsen ist das ist der stuhltanz ich habe aber keine lust mit dir zu reden so hey wie machst du achso oh ja kakau moment ich muss hier kurz mal hin machen kakau hip 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 oh ich habe das wasser weg gemacht entschuldigung ich hoffe das braucht jetzt echt kein wasser oder so so ich geh mal ein bisschen äh ne wieder ein bisschen erkunden das wäre auf jeden fall gut wie lange wollen wir eigentlich machen ich weiß nicht also wir haben ja schon knapp eine stunde jup deswegen frage einfach mal so spontan komm her kill her ja ja ich finde die hacke immer noch mega gut wir werden einfach wie ein zombie auf jemanden ziehen so die können wir da reinpacken fangen wir auch so einfach mal rein oh vielleicht diese bäume wachsen hier sowieso nicht mehr habe ich das gefühl äh äh jetzlinge 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 up up schön ordentlich eingereiht sortiert hühn platzieren ja ich bin irgendwas rein getreten äh ich muss mich mal heilen ja das ist cool du kannst einfach rumlaufen oh äh komm her ja im moment komm noch nicht warte ich bin noch nicht ausgerüstet ein moment so jetzt kannst du kommen ich hab pfeile da kann ich hier schon links machen äh äh das fiel ist weg ach das war hier ah warte mal hier unten ist eine schatztruhe ja schnapp ich dir das eisen glaube ich oder das ist mein sprach ja alles meine knochen